Yo Leute, so, heute stelle ich euch einen D-Böller-Vergleich vor und zwar habe ich die Böller ausgewählt von Diamine Feuerwerk, von Panda Feuerwerk und nochmal von Panda, aber die Booster D diesmal. So, machen wir mal die Angaben von den ganzen Böllern. Die haben eine NEM-Masse von ca. 5,88 Gramm, ich denke mal das ist aufs Päckchen gewählt, weil da nichts weiter draufsteht. Die hier haben eine NEM-Angabe von 1,7 Gramm pro Böller und die hier haben eine NEM-Angabe von 2,56 Gramm pro Böller, also das ist ganz schön viel. Ich glaube die wurden vorgesehen auch mit einer der besten Böller des Jahres. Naja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich draußen wieder, stelle ich euch die Böller innen mal vor, weil es gibt hier sonst eine große Schwanerei und bis gleich. So, jetzt kommt die China Böller D von Panda. Ich fuhr die Booster D von Panda. Jetzt kommen die D Böller von Diamond Feuerwerk. Das ist das Feuerwerk.